Hallo, herzlich willkommen bei GTA 5 und meinem Gönnen Stenz. Heute spielen wir HiFleer und wir sind irgendwie mit 16 Minuten schon, aber da werden wir schön voll Gas gehen. Wir haben irgendwie, ich glaube, das erste Mal ist der Geistfahrer, glaube ich, den Vernunftsfans, dieser Reis, aber dann geht es richtig geil. Wir machen zwei Runden und ich nehme den Martin, was lieber das Schlimmste ist, Cliffhanger, was habe ich denn nehmen, Akuma. Ich nehme den Akuma, der ist richtig geil. Ich nehme den Racing Shoot, der Orange, der ist geil. So, wir haben noch 15 Sekunden und dann geht es los. So, dann wird das richtig Spaß sein. So, 19 Sekunden, dann geht es los. HiFleer, time to ditch the private jets. Okay. Und jetzt geht es los. Geil. So, ich bin gespannt, wo ich stehe. Ganz hinten noch was. Build for survival. Okay. In space, ja. Wir sind einen schönen Tag rüber, da ist es ganz geil. Und... Da gehen wir. Vollgas. Alter. Ja, wir sind jetzt Leute. Und ich muss richtig aufpassen, weil die machen nur Stresssinger hier. Ah, geil. Ah, hier haben wir schöne Türme da oben. Und ganze grüne Sachen da. Und jetzt schön Fünfter. Ja. Geil. Und jetzt, ich hoffe, Vierter. Vollgas, wie sicher, Dritter. Ah, das geht auch richtig hoch hier, ey. Der muss auch richtig in der Mitte sein. Was sonst geht das schief? Ja, hier, der will ich schon wegdrücken. Der Assi. Oh, Alter, was denn hoch, ey. Was macht der denn? Fünfter jetzt. Ah, der macht aber Stress wieder. Oh, das geht ganz knapp hier. Ah, ja, der fliegt ja schon raus, der Richter. Ja, der ist auch schon raus. Das ist jetzt schon ein Dritter. Aber ich muss aufpassen, weil das ist ganz hinter mir. Alter, guck mal, wie hoch das ist. Fuck. Ich hab verpasst. Ich hab verpasst. Ah, das ist ja gut. Jetzt bin ich irgendwie Vierter. Schade, ich hab einen Fehler gemacht. Weil, der muss da nicht so hochjumpen hier, weil... Ja, da hier geht das. Genau. Vierer Platz. Oh, kein Fehler. Geht zu schnell hier. Hier muss er richtig geradeaus hier fahren. Oder seht ihr schon vorne, oder? Ah, der dritte Platz. Vielleicht können wir noch einholen, aber... Das ist schwierig, weil ihr seht, ob das... Alter. Ja, jetzt ist es ja richtig hoch hier. Ah. Geil. Das hoch hier, ey. Ah, super. Hat geklappt. Ich wollte den wegdrücken, aber er hat nicht geklappt. Ah, wir haben schon einen Schlips drin, oder? Ah, geil. Und schön auf die Kurve mehr. Ah, geil. So, jetzt Zweiter. Haha, die hat sich in den Weg gedrückt. Ah, Alter. Wir sind jetzt wieder Dritter geworden. Wir können da schön hinterher, weil wir sind... Schön in den auf... Ja, der geht dann wieder. Uh. Oh, guck mal, schneller. Wir sind fast hinter mir. Vier und fünfer Platz. Es ist ganz schwierig, jetzt noch einzubringen, die zweite Platz. Aber, wenn eins und zwei Platz ist, dann gibt es noch nicht zu viel Geld. Ah, der macht ja ganz gut da vorne. Ah, du musst keinen Fehler machen. Du musst immer aufpassen, wenn die nicht wegdrücken. Ah, wir kommen langsam ein bisschen voran, aber... Der geht da ein bisschen schief drauf. Ah, guck mal. Ihhha. Geil. Nicht zu schnell. Oh, 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 oh. Ja, wir kommen immer näher dran. Oh, ich muss aufpassen. Ja, der geht. Geil. Wir sind jetzt Zweiter. Hahaha. Jetzt können wir Fehler machen. Geil. Oh, 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 oh. Nicht zu weit. Bremsen. Du musst immer bremsen, weil... Das geht mal schief. Ah, sind wir jetzt auf dem zweiten Platz. Geil. Und jetzt nicht mehr, oder was? Geil, wir haben es geschafft. Oh, ein bisschen schneller. Oh, kein Fehler machen. Aber so... Ich glaube, die schlimmsten stimmt schon gehabt. Die Kurven sind immer schlimm, ja. Geil. So, wie lange noch eigentlich? Keine Ahnung. Wir haben jetzt Vollgas. Oh, kommt hoch. Alter. Ja, da gehen wir wieder. Die haben irgendwie... Wir sind ja fast da. Der erste Platz ist da, gar weit weg, glaube ich, irgendwie. Wir sind schon fast, äh... Ja, der ist schon der erste da worden. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, zwei da. Ja. Aber der war ganz vorn, der Vore. Ja. Oh, zum Glück, ey. Der war fast hinter mir, der dritte Platz. Aber wir haben es geschafft, Zweiter zu werden. Richtig geil. Der sechste, der ist der letzte da. Aber die sind richtig am Streifen. Na, guck mal. Alter. Hier mal richtig... Alter, was ist das denn da, alle da? Ho, ho, ho. Ja, wir sind hier auf dem Finish, glaube ich, hier. Ja, wir sind hier auf dem Finish. Wir gucken die mal alle an. Ist ja richtig geil. Ja, jetzt läuft es schon noch 25 Sekunden und das ist zu Ende. Ah, geile Sache. Warte, dass wir noch Zweiter geworden sind. Dann finde ich auch geil. Mann, 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 noch 15 Sekunden. Wir gucken nach dem letzten Platz. Kann man mit Kameras umgewegen, das ist geil. So, wie kann man dann nächstes Spiel gehen? Keine Ahnung, wie man das kann machen. Hier, wie kann man schon... Ah, so. Ist schon zu Ende. 4 Minuten und 51 Sekunden. Das ist geil. Und wie viel Geld habe ich gekriegt? Ah, 15.000. Geil. Ah, ich bin schon aufgeregt. 71. Geil, geil, geil. Ja. Das ist der Gewinner. Ja. Geil. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde von GTA 5. Und ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.